Jetzt habe ich fast nicht zum Start die richtige Szene hiervon. Guten Abend! Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha. Einen wunderschönen Abend. Und natürlich an alle, die jetzt zuschauen oder nur zuhören oder das hinterher aus der Konserve sich irgendwie reinziehen, ob mit Video oder ohne Video. Genau. Wie geht's euch? Tage gut verlebt seit dem letzten Mal? Ja. Kann man nix sagen, ne? Kann man nix sagen. Seitdem ist gar nicht so viel passiert. Aber trotzdem sind wieder zwei Wochen um. Und schön, dass wir wieder es hier gefunden haben. Ich meine, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal in Folge schon. Das vierte sogar schon. Wow. Haben wir das vierte schon mal geschafft? Das ist schon krass, ne? Ja, aber so kann es gehen. Das vierte Mal. Ich kriege die gar nicht mehr alle zusammen. Dabei schneide ich die und lad die hoch. Denn in meiner Ankündigung steht immer drin, also die so und so vierte Sendung nach neuer Zeitrechnung. Von daher. Ah. Obwohl hier da steht, äh, ja genau, vierte. Also vierte ist diesmal. Genau, ja. Ich finde die Zeitrechnung sehr, sehr toll, dass wir da unsere eigene Zeitrechnung eingeführt haben, ne? Sonst macht das ja auch keinen Sinn. Ah ja, die erste war CLT, dann war, was waren die Zweite? Die Dritte war Firewall. Was war die Zweite? Ähm, das mit KI. Ach, die KI, genau. Ja, da hat sich ja auch wieder eine ganze Menge getan. Gerade auch wieder in den letzten Tagen, ja. Spannendes Thema. Mhm. Also, falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört die oder seht ihr euch nochmal an? Ja, die ist definitiv, genau. Out the Cross-Promo für uns selbst. Ja. Genau. Gut. Ja, ich hab euch mal wieder eingeladen, weil ich mal mit euch so ein kleines Gedankenexperiment starten wollte oder euch mal so ein bisschen eure Meinung wissen wollte. Ich hab mir so die jüngste Vergangenheit und Geschichte von Solus als Beispiel genommen. Long story short. Solus, so eine eigenständige Distribution, selbst entwickelt, eigene Basis, also von keiner bekannten Linux-Distribution quasi geforkt, war jahrelang sehr, sehr akribisch entwickelt worden und in letzter Zeit ist es sehr, sehr ruhig geworden. Und in ganz jüngster Vergangenheit, nämlich vor drei oder zwei Wochen, ist Solus von DistroWatch als, ähm, oh Gott, ich hab die deutsche Übersetzung nicht im Kopf. Inaktiv, würd ich sagen, oder? Inaktiv, genau, danke. Mhm. Genau. Inaktiv gesetzt worden. Und kaum ist das passiert, hat, glaube ich, irgendwie der Hauptentwickler gesagt, ähm, ich bin übrigens wieder da und ich mach wieder was. Ja. Quasi so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. So, kurz war knapp, haben sie quasi das Ruder nochmal rumgerissen. Jetzt eigentlich zum Gedankenexperiment, ähm, wo ich hin möchte, was wäre, wenn unsere allergeliebte, äh, Hauptdistribution von jetzt auf gleich nicht mehr weiterentwickelt wird? Haben wir alle einen Plan B, ist die Frage. Oder gibt es einen Plan B? Oder gibt es dann, keine Ahnung, Verzweiflung? Ich, ich reite das für zu lange, wie es, wie es, wie es, wie es noch geht. Ja. Ja. Jetzt ist ja erstmal die Frage, was für eine Lieblingsdistro hätten wir denn jeweils, ne? Welche, welche schmeißen wir denn auf den Tisch, ne, jeweils? Ich glaube, das ist, glaube ich, auch erstmal wichtig, ne? Was ist, äh, eure Distro, ne, auf die ihr gerade setzt, ne? Auf die ihr gerade nicht verzichten könntet. Vielleicht so jetzt erstmal aus dem, aus dem ersten Gedanken raus, ne? Ich muss sagen, ich schwanke bei mir noch zwischen Debian und Linux Mint. Und ich würde fairer halber Linux Mint sagen, ne? Aber lässt sich sicher streiten. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen schlecht, wäre jetzt als nächstes. Ich mache jetzt einfach mal, also theoretisch mache ich ja sehr viel mit Debian, aber ich verwende auch Linux Mint. Also das System, wo ich vorsitze, ist ein Linux Mint System. Aber das grundsätzliche Problem ist, ähm, ja, bei Debian, Debian ist ja die Basis für sehr viele weitere Distributionen. Also für Ubuntu und das daraus wieder entstehende Linux Mint. Wenn jetzt Debian aus irgendwelchen Gründen mal eingestellt wird, was ich, äh, auch für unwahrscheinlich halte, weil da eine größere Gemeinschaft hinter steckt, dann haben sehr viele andere ein Problem. Also Canonical, die Firma hinter Ubuntu, hat ein großes Problem. Ich glaube nicht, dass die von heute auf morgen, äh, die Pakete selbst maintainen, ähm, überprüfen und sonst irgendwas könnten. Äh, und da in diese Bresche zu springen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, also von mir, also ich sage jetzt mal Debian, damit wir da noch was anderes haben. Und Micha, was sagst du? Ja, also vom Prinzip sind wir ja alle aus derselben großen, äh, Familie der, äh, Debian-Distribution. Bei mir ist es Pop-OS aktuell. Ich tendiere aber in näherer Zukunft eigentlich auf Debian zurückzuwechseln, weil Pop-OS ist cool. Was mir persönlich nicht so gefällt, ist deren Desktop-Entwicklung. Also dadurch, dass sie ihren eigenen Desktop entwickeln, nehmen sie mir für meinen Workflow zu viel weg, obwohl das, was sie quasi in Gnome eingebaut haben, echt schon cool ist. Aber, naja, man kann sich auch mal auseinanderleben im echten, im echten Leben. Deswegen Tendenz zu Pop-OS, aktuell aber eher Richtung Debian, weil ich es ja eh auf dem Server nehme. Dann nehme ich es halt auch auf dem Desktop. Das sind so gerade aktuell die beiden Sachen, die bei mir ganz hoch im Kurs stehen. Ich finde das nebenbei witzig, ganz kurz off-topic, dass wir so alle aus unterschiedlichen Richtungen immer wieder in Richtung Debian tendieren, beziehungsweise auch, ne, immer liebäugeln mache ich auch. Aber ich glaube, darum soll es ja heute nicht gehen. Ist aber wahrscheinlich auch nochmal ein spannendes Thema, ne. Aber ich glaube, das Allerspannendste wäre ja tatsächlich, wenn Debian erflöten geht, ne. Hast du ja schon angerissen, Haukopf. Was würdest du dann machen? Ähm, jammern, Haare raufen und, ähm, das ist eine gute Frage, was ich denn als nächstes nehmen würde. Denn, ähm, für diese ganzen, ein, äh, oder diese ganzen Einsatzfelder, die ich damit, äh, abdecke, also, äh, Server, Desktop und, ähm, ja, sogar auf dem Raspberry Pi nehme ich das, ähm, quasi original, ähm, Debian 11 im Moment noch. Weil das einfach so ein, also, egal wo du bist, du hast quasi immer dieselbe Plattform, ne. Also, es fühlt sich jetzt nicht anders an, sondern Raspberry Pi ist natürlich deutlich langsamer, als wenn du es auf dem Server ausführst. Aber du hast wirklich das Ganze, äh, das ganze System woanders und es ist immer irgendwie gleich. Das macht irgendwie auch den, den Charme von dem Ganzen aus. Ja, und wenn, wenn das jetzt weg, wegfallen würde, äh, ist schwierig, ähm, so vier andere Sachen hab ich auch quasi gar nicht verwenden müssen. Also, ich hab mal eine Zeit lang Einmaligungs gemacht für ein spezielles Projekt. Das wäre vielleicht so das, äh, Nächste, was ich verwenden würde, nicht, weil ich das jetzt unbedingt so, äh, so wahnsinnig toll fände. Also, es ist eine sehr solide Distribution, aber hat einen kompletten anderen Ansatz, äh, weil ich's so ein bisschen kenne. Von daher, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, Gentoo oder, ähm, Arch oder sowas, da hab ich so wenig Berührungspunkte mit, dass ich die eher im Zweifelsfall, ähm, von heute auf morgen nicht einsetzen könnte. Also, mit einmal Linux traue ich's mir noch am ehesten zu, ähm, dass ich da den relativ schnellen Sprung finde, wenn's sein müsste. Ja. Interessant, ja. Ich glaube, ich würde fast, ich tendiere gerade zwischen Fedora und OpenSUSE tatsächlich, ne, wenn jetzt der Debian-Stamm wegfallen würde. Also, die Arch-Basis, Manjaro und so weiter, hat mich bis jetzt nie selber irgendwie gefesselt in gewisser Weise und ist mir auch langfristig zu instabil. Ich glaub, da würde ich dann wahrscheinlich, wenn's hart auf hart kommt, sogar auf dem OpenSUSE sitzen, ne? Weiß ich nicht, so? Da muss ich grad so ein bisschen lächeln. Also, da geht's genau bei mir in die andere Richtung. Also, meine Ausweich-Familie ist die Arch-Familie. Auf dem Server wird's schwierig, das hatte auch gerade, ähm, der Scabbler hier im Twitch-Chat, äh, gesagt. Ähm, auf dem Server wird's schwierig, aber desktop-technisch wär ich bei Arch quasi, wär dort meine zweite Familie, also meine zweite Heimat. Ich hab's ja auch als, ähm, Zweit-Distribution hier bei mir zu Hause im Einsatz auf meinem, ja, ich sag mal Office-PC. Läuft ganz gut. Da ist ein Manjaro drauf, das ist so ein bisschen das Arch für Gemäßigte. Es läuft auch gut. Wenn man nicht das Arch-User-Repository nimmt, das war dann, glaube ich, Tipp von einem anderen, ähm, Zuschauern aus dem Chat, dann läuft das auch extrem stabil oder erstaunlich stabil. Ich hatte immer so Probleme, irgendwann ist es halt kaputt gegangen, aber da war ich selber schuld, wenn ich aus dem Arch-User-Repository mir da Sachen nehme, die vielleicht nicht so gut miteinander koalieren. Aber bei mir ist es halt wirklich die Arch-Familie, zumindest auf dem Desktop. Ähm, serverseitig würde ich dann vermutlich, obwohl ich immer gesagt habe, Fedora ist jetzt nicht so eine, äh, so eine Distri, die mich aus, äh, oder vom, vom Ofen hervorlocken würde, aber auf dem Server würde ich dann vermutlich eher auf irgendwas Red Hat-Basiertes, ähm, gehen einfach wegen der Stabilität. Ah, ja, also, ja, ich glaube, macht auch am meisten Sinn dann in der Hinsicht, ne? Ja, und, ähm, angenommen, jetzt vielleicht nochmal die Frage gestellt, okay, ne, angenommen, Debian wäre weg, aber Micha, angenommen, Popo, es wäre bei dir weg. Was würdest du dann nehmen, wenn's Debian noch gäbe und alle anderen noch? Und Solos vielleicht auch noch, ne? Wer weiß. Naja, Solos gibt's ja noch, also irgendwie. Ja, also ganz ehrlich, meiner Ansicht nach, ist das durch. Also, ich müsste es mit schwierig beantworten. Also, ich wüsste nicht so hundertprozentig, wo ich jetzt wirklich am einfachsten wechseln könnte, oder am rückelfreisten. Vermutlich, wenn ich's sofort brauchen würde, ähm, ist es ein Ubuntu. Weil's am nächsten dran ist, zu Popo ist, obwohl mir in Debian dann deutlich lieber wäre. Das Problem ist aber, Debiens große Stabilität, äh, aufgrund der sehr gut abgehangenen Pakete, ist, ist dann vermutlich mein Problem als, als, ich sag mal, in Anführungszeichen Content-Creator, ähm, gerade Grafikkartentreiber und damit verbundene Kodex. Da müsste ich ein bisschen zu viel anfassen, sag ich mal so. Also, da wird's vermutlich eher ein Ubuntu als ein Debian, obwohl mir ein Debian lieber wäre, aber, wenn's geplant geschehen würde, würde ich versuchen, so puristisch wie möglich, mich am Debian anzunähern. Hm. Ja, ich überlege gerade auch. Also, da nehm ich Manjaro, nein, Spaß. Kannst du? Ja, nee, also, Manjaro wär's nicht. Ich, ich schwanke, glaube ich, auch jetzt zwischen, also, was mir extrem gut gefällt, einfach von der Performance, von der Aufmachung her, ist Xubuntu, muss ich sagen, finde ich auch einen ganz, ganz großen, äh, Underdog tatsächlich in der Hinsicht. Ähm, also, viel zu unterschätzt auch, genauso wie Linux Mint XFCE, aber Linux Mint XFCE gibt's ja dann in meinem Szenario nicht mehr. Von daher wahrscheinlich ein Xubuntu oder tatsächlich gerade das, was ich selber nutze auf meinem Hauptrechner, ein, äh, Debian Cinnamon, glaube ich, ne? Wenn's keinen Cinnamon Desktop geben würde, wenn's keinen Linux Mint gibt, dann seh ich sehr alt aus. Ich glaube, dann nehm ich wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich sogar bei einem Tuner landen, äh, Tuner, also XFCE landen oder Gnome. Ähm, dadurch, dass Tuner jetzt so eine Zwei-Listen-Ansicht hat und ich einen Desktop will, der funktioniert und, äh, ich sag mal, ähm, 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 wo ich gut produktiv sein kann, dann würde ich da fast wahrscheinlich sogar das XFCE nehmen. Also, Debian XFCE. Aber ich muss sagen, ich könnte mich so aus der jetzigen Situation her nicht mit dem Gedanken anfreunden, ne? Also, so, KTE ist nicht meine Welt. Gnome ist halt die Sache, da fehlt immer mal wieder das ein oder andere Feature, was mich extrem nervt auf die Dauer. Und das ist, glaube ich, so der große Knackpunkt. Und bei XFCE, klar, braucht man ein bisschen, bis man sie es eingerichtet hat, aber dann läuft's wie ein Uhrwerk. Und ich glaube, das ist, äh, meiner Ansicht nach doch dann mehr die Präferenz, ne? Also, das ist eine gute Frage, ne? Vielleicht auch mal eine Frage an unsere Live-Zuschauer hier gerade. Was würdet ihr am liebsten nutzen, wenn eure, also erstmal, was ist eure Lieblingssystem und was würdet ihr nutzen, ne? Oder würdet ihr an unserer Stelle anders entscheiden, ne? Oder eher gesagt, habt ihr einen Plan B? Oder den Trend, oder der Trend zur Zweit-Distro. Oder würdet's einfach Windows-11, also, mag ja auch sein, ne? Ja, ne, richtig schön, ne? Wer weiß? Wer weiß? Oder mein schönes BSD. Gibt ja auch einige. BSD, absolut. Wer da Bock drauf hat, genau. Ja. Chrome OS, ja, auch ein cooles. Oder ein Fridos. Oder gleich, oder gleich die, die hart verdienten Euros, äh, diesem Obstunternehmen in den Hals schmeißen. Das Obstunternehmen, äh, Birne heißt das irgendwie, ne? Ja, aber jedenfalls, äh, entweder Hannah Montana Linux, das wäre vielleicht auch so eine Sache. Das war gut. Ne? Das wird auch, glaube ich, gar nicht mehr angegriffen, weil's zu alt ist. Was war das letzte, ein 14-4er oder ein 12-4er-Bundu als Basis? Ich glaube, ein 8-4er. Ich glaube nicht, dass es die 10er-Reihe erreicht hat. Weiß ich nicht, ne? Aber es ist uralt. Es ist uralt. Vor diesem Desktop ekelt sich jeder Trojaner. Das ist sowas von sicher. Auch jeder Angreifer, weil der kann sich das nicht anschauen. Da ist auch ein Flausch auf einmal. Hilfe. Das ist schon stark, ja. Ne, was, was sagen eure Chats? Ich hab leider nur den Linux-Gerz-Live-Card offen. Bei mir sagt der Linux-Fan, ich würde auf Linux Mint XFCE bleiben und wenn was schief geht, man Jaro XFCE. Okay. Also ich hätte einmal von Linux Mint auf Debian. Und das andere ist, der Wegfall von Cinnamon wäre das Schlimmste. Ja, aber ansonsten, egal vom Unterbau her, was es ist, Debian, Linux Mint, Arco Linux B. Arco Linux B, gibt's das mit B? Sagt mir jetzt nichts. Arco Linux B, boah, bestimmt. Also gibt dir so viel, was wir noch nicht kennen. Mint Manjaro oder, ja, genau. Und bei euch? Hm, ja, ja, Ubuntu Studio, seh ich hier. Ja, Manjaro zu Debian, aber das hat man schon, das... Debian ist schon für viele der Safehaven, ne? Ja. Oder Safe, Safeport. Aber keiner ist hier so mutig und sagt, dann geh ich halt zu BlendOS oder mach was ganz verrücktes, Garuda Linux oder... Fedora Silverblue. Silverblue. Wobei, das ist ja sogar noch halbwegs, ne? Ja, aber wenn du BlendOS hast, dann hast du ja Zugang zu Silverblue, wenn du ganz wild bist. Ich weiß ja nicht, ne? Da bin ich sogar schon fast zu konservativ für diese neue Linux-Welt, ne? Es ist fies. Es ist ganz fies. Ja. Okay. Stark. Sehr stark. Ja, Arco Linux B gibt es anscheinend, seh ich hier, ne? Also da sind wir einfach wieder nicht auf dem neuesten Stadt. Wieder was, was wir mal ausprobieren könnten. Die Liste wird immer länger. Ja, desktop-mäßig. Angenommen, es gibt euren Lieblings-Desktop nicht mehr. Also bei Hauke kann ich mir das gar nicht vorstellen. Trinity gibt es ja eigentlich eh schon, ne? Gibt es ewig lang und wird immer noch weiterentwickelt, ne? Wird weiterentwickelt? Ja, ja, ja. Oh, okay, okay. Also die sind immer noch dabei. Ja, du hast ja gefongt. Ja, ja. Heute habe ich gesehen, XFCE, die erste Version kam 1996 raus. Das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Ich weiß gar nicht, was ist denn so, also das ist komplett weg vom Thema. Aber was ist so der Desktop, der die längste Zeit aktiv weiterentwickelt ist? Weiß das jemand? Also ich glaube, das ist sogar XFCE, weil das ist mit einer der ersten Desktop-Environments, die war da damals schon für Unix angedacht oder entwickelt sogar schon. So alt ist XFCE? Ich hätte gedacht, das ist also relativ modern, ne? Also man beachtet die, in Anführungszeichen, aber da schauen wir doch mal direkt nach, ne? Hier XFCE, 1996-Erscheinungsjahr, so ein bisschen später. Tja, der Wolfer K, ich würde ja nix empfehlen. Nix so ist. Das ist dann mal wieder eine Zahlung in die Nix-Kasse, ne? Ja. KDE ist auch 96. Echt? Ja. Echt so gut. Und Gnome ist 99 erst, ne? Und der Rest, glaube ich, kommt eh dahinter. Cinnamon ist, glaube ich, ziemlich jung dafür. Ich glaube, ist 28, 29. Cinnamon, hier Desktop-Umgebung, nicht die Band. 2.11. 2.11 gibt's erst Cinnamon. Also ist noch relativ jung. Einer der jüngsten Desktops noch, ne? Ja gut, dann ist ein XFCE und ein KDE die älteren, ne? Ja. Aber muss es denn immer in deinem Desktop-Environment sein? Kann's nicht auch einfach nur ein Fenstermanager sein? Ey, mich reizt das tierisch, so ein Tiling-Window-Manager wie i3 oder Sway mal auszuprobieren und mal zu konfigurieren. Und dann zu merken, ist irgendwie nischt für mich. Wobei ich dieses Feature von PopOS hier mit dieser, mit der Popchell, mit diesen Tiling-Windows schon ganz cool finde. Das ist halt so mein Sweetspot. Also wenn ich's brauche, wenn ich viele Fenster habe, die ich hier gut darstellen muss auf der Fläche, die ich habe, dann würde ich's anschalten. Oder dann tue ich's auch anschalten. Aber ansonsten eher nicht so. Und da tue ich mich halt schwer mit so einem Window-Manager. Wobei ich mal, ähm, wer kennt Marbox? Das ist Manjaro mit Openbox als Window-Manager. Ist auch ganz interessant. Hat gut funktioniert, war aber nichts für mich. Ist nicht auch hübsch. Die Frage ist, wie alt ist LXDE? Fällt mir grad ein. Ähm. 2.6. 2.6 kam das so raus. Ist ja jetzt auch schon wieder eingestellt. Bis 2017 war die letzte Version dann. Ein Hinweis war jetzt noch CDE. Also der Common Desktop Environment von 1993. Das wäre aktuell so die Top-Lebenszeit. 1992, das stimmt. Aber was kam die dann in 1991? Kam der Linux-Köln raus? Oder war das 92? Da bin ich immer ein bisschen... 91, glaub ich. Ähm, schnell nachgucken. Jaja, also ich bin eigentlich extrem flink. 91. 17. September 91. Sagt Wikipedia. Ja. Was da steht, das stimmt auch. Was in Wikipedia steht, das stimmt. Also hier, unsere ganzen Videos, die sind eigentlich auch nur Wikipedia-Mattein. Alles fake. Alles fake, alles fake. Ja, stark. Nee, also dann gab's wahrscheinlich bis 93 gar kein Desktop-Environment. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hab keine Ahnung. Wann war euer erstes Linux? In welchem Jahr? Hm. Anfang 96, denke ich. Ja. Und da gab es schon KDE eins, oder? Ja, oder was steht da drauf? Genau, KDE kam dann da raus, so die erste Version, die erste volle Version, ja. War da schon eins bei oder nicht? Also irgendwie so eine Vorab-Version. Kann sein, dass es mit dabei war oder auch nicht. Hm. Müsste ich aufstehen und die Packung vorkraben? Ja, das mach ich jetzt nicht. Naja. Genau. Ich glaub, das erste Mal, als ich wirklich ein Desktop-Environment auf Linux oder das erste Linux überhaupt gesehen hatte, war, oh, das war um die 2000er rum, als ich damals mit meinem Jugendfreund auch Musik gemacht hatte und der eine kostengünstigere Betriebssystem-Alternative zu seinem Studio-PC oder für seinen Studio-PC gesucht hat, da wurde mal ein Ubuntu installiert, damals noch mit Gnome 2 und dann ging's dann auch früher oder später nicht mehr weiter, weil, hm, kann man nicht. Das war noch ein Scheiter-Desktop, Gnome 2, ne? Ja. Ja, Mathe, ne? Auch eine Sache, die... Oh, Mandrake, Linux wurde hier grad geschrieben. Huiuiui. Manz, ja. Mandrake oder Mandrake, ja, ja, ja. November 94, Suse, ne, Linux? Linux, ja, stark, stark, auch echt Respekt, ne? Ich muss sagen, ja, 94 und 96, da gab's mich noch nicht, das ist echt wild. Das ist wild, ja. Krass, ja, ne, und ich bin hierhin nur so reingeboren und ernte Zilorbeeren natürlich. Ja, so ist es halt, ne? Irgendjemand muss es auch machen, von daher, passt es schon, ne? Schlimm wäre es, wenn nur noch Window-Manager gäbe, dann nehme ich Windows 8. 1, schreibt Action-Schnitzel. Stimmt natürlich, ne? Also, wenn's nur die Tiling-Win-Manager gibt, meinst du, ne? Ja, aber das ist ja nicht, ne? Das ist ja nicht, ne? Das ist ja nicht der... Das Gedankenexperiment. Und ich glaube, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jetzt beispielsweise ein Debian als Linux Mint den Abgang macht, ne? Auch ein Pop-OS, glaube ich nicht, dass es jetzt so schnell den Abgang macht. Dafür ist die Community dahinter einfach viel zu groß, ne? Ja, und die Firma gut, sehr gut, äh, situiert inzwischen. Ja, also bei Pop-OS auf jeden Fall. Ja, bei Linux Mint ist es ja nicht ganz so, ne? Muss man mal schauen. Und Ubuntu wird's auch noch weitergeben, in welcher Form auch immer, ne? Na, guck's aus. Aber jetzt so ein Garuda-Linux oder sowas, oder hier ein Vanilla-OS, kann mal wieder schnell weg vom Fenster sein. Aktuell. Kann sein, dass es sich ändert, aber, ne? Ganz klar. Ansonsten das mit Norden-Commander, genau. Mehr brauchst du nicht. Naja. Da kann man, äh, da konnte man, glaube ich, schon SimCity 1 spielen, war das nicht so? Das gab's schon länger. Jaja. Das ist schon, ja. Na, wann kam SimCity 1 raus? 92, 93, sag ich jetzt mal so. Aber, ich guck's mal nach. 89. 89! Erster Teil. Und, äh, genau, ja, krass, krass, krass. Vor der deutschen Miedervereinigung. Linux vom Scratch. Ähm, was ist denn mit der, ähm, zweiten, ziemlich alten Linux-Familie? Was ist eigentlich mit Slack? Hat irgendjemand, äh, Berührungspunkte mit Slack? Ähm, nee, selber eigentlich nicht. Glaub ich, hab ich's, hab ich's bis jetzt einmal installiert? Ja, für, für den Adventskalender hab ich's installiert. Aber ich muss sagen, es ist sehr viel hängen geblieben. Nicht ganz so viel, ne? Aber tatsächlich, ja, das erste, äh, öffentliche Linux-System müsste, glaub ich, Slackware in die Richtung gewesen sein, ne? Ich hab's mal zusammen recherchiert vor ein paar Jahren, ne? Slackware müsste auf jeden Fall ganz am Anfang gewesen sein. Wie rum war's? War Debian ein Fork von Slackware? War das erst nicht daraus rausgeforkt? Nee, Open, äh, oder SUSE. Die haben auf Basis von Slackware das gemacht. So, Moment. Hm. Ich hab's gerade. Also, Slackware bildete die Grundlage für andere bekannte Linux-Distributionen wie SUSE Linux. Ah, okay. Interessant. Sehr interessant, ja. Oh, gut. Nee, ansonsten, na, ich hab Schaukelstuhl jetzt eben nochmal was ganz Spannendes reingeschrieben. Naja, wenn System76 jetzt morgen weg sein würde, würde er nicht, ähm, würde er bezweifeln, ne, dass PopOS die Community groß genug wäre, dass ich da was Neues finde. Wie schätzt du das ein, Micha? Du bist da ja ein bisschen mehr im, ähm, im PopOS-Game, sagen wir's mal so. Ja, aber, hm, schwierig. Also, ich kann die Community kaum, ähm, einschätzen, weil ja wirklich die Entwicklungsarbeit, obwohl's ja, äh, quelloffen ist, deren Repo, ja, erst mal bei denen liegt, sag ich mal. Vielleicht gibt's einen Fork, vielleicht wird das weiterentwickelt, man weiß es nicht. Genügend Fans oder Anhänger davon gibt's ja, also, das müsste man, äh, erleben, das Szenario, das, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, aber. Ist ja alles Spekulation, was wir heute machen, ne, wir haben ja hier, ich glaub, wenn ihr in euren Kaffeesatz, äh, euren Kaffeesatz liest, dann ist es genauer, ne, so ungefähr. Kann ich nicht, ich hab heute Tee. Ja, ciao, ne, dann ist das schon wieder für dich ausgefallen, ne, dann musst du jetzt leider hier im Podcast bebleiben, ne. Ja, das ist halt die Alternative zu Kaffee. Absolut, absolut. Ja, stark auf jeden Fall, ne, was das so mit sich bringt. Ansonsten, ähm, ja, ne, ich glaub, PopOS-Thema reiß ich jetzt nicht an, ne, Punkt oder ist top. Das kann man mal wann anders machen. Und was willst du denn da anreißen, ist die Frage. Wieder neue Desktop-Dites. Ob die jetzt einen neuen machen, wie das jetzt aussieht, für mich ist es hin und her. Der Plan ist für PopOS 24, äh, 4, die nächste LTS soll das Ding rauskommen. Und ich verliere da einfach zu viel. Das ist unter einem Jahr. Ja, ja. Die tun ja auch regelmäßig dort im Blog ihre Updates raushauen. Es sieht erstmal optisch genau gleich aus, nur was man halt verliert, sind die ganzen Gnome-Extensions, weil es ist nicht mehr Gnome. Das ist ja, das ist ja wirklich ein guter Deal, ne? Mhm. Das ist ein guter Deal. Deswegen hatte ich das Gedankenspiel schon, mir eine andere Desktop-Environment zu suchen. Das war dann mal wieder XFCE. Also XFCE ist quasi mein, mein, ja, Sicherheitsnetz in allem, was Desktop-Belange angeht unter Linux. Ja. Das gab's schon immer, das wird's vermutlich noch immer geben. Das sieht per Default eher hm aus, aber man kann einiges draus machen. Mhm. Ich glaub, das ist die perfekte Zusammenfassung zu XFCE. Sorry. Das sieht hm aus. Das kann jemand klippen. Irgendwann können wir mal die besten Sprüche hier als Intro reinschneiden. Stimmt. Vielleicht haben wir ja schon genug zusammen. Nach vier Malen. Ja. Man kann ja noch die Legacy-Folgen mitnehmen, wo du Gast warst. Vielleicht war da auch was dabei. Stimmt. Bestimmt. Sicher. Irgendwelcher Unsinn kommt ja immer dabei raus. Richtig. Nee, deswegen, das war so mein Gedankenspiel. Wenn die nächste Pop-OS-Version vom Desktop nicht so cool ist, hält mich ja keiner davon ab. Oder das ist ja der große Vorteil von Open Source. Ich kann ja, ähm, mir das System anpassen. Bedeutet, ich tue da einfach ein XFCE nebenbei installieren. Ich kann ja quasi den, ähm, Cosmic Desktop einfach links liegen lassen. Das finde ich gut, ja. Das ist gut, ja. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin da, um echt zu sein, sehr, fast negativ gestückt. Aber wir warten einfach mal ab. Und dann gehe ich da genauso neutral ran, wie ich auf Wo wurde ich gehatet? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ja. Du, äh, Hauptsache erst mal einen Plan B in der Tasche haben. Das ist schon mal wichtig. Und dann erst mal gucken, was süß wird. Vielleicht haben sie ja auch eine Möglichkeit für Cosmic Desktop irgendwelche, ähm, Gnom-Erweiterungen zum Laufen zu bringen. Wobei die einzige Gnom-Erweiterung, die ich brauchte, war ja Draw on your Screen. Äh, es gibt ja legendäre Videos, wo ich zeichne. Also mehr oder minder. Mhm. Ähm, und das war eben mit dem Plugin. Und wenn das wegfallen würde, habe ich inzwischen eine Alternative, die sogar besser funktioniert. Und die ist Python-basiert, ähm, und Desktop-Environment-unabhängig. Ja, also die Freiheit von Open Source ist, ähm, die große Stärke des Ganzen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich auch, angenommen Linux Mint würde es nicht mehr geben, ich glaube, das Cinnamon-Desktop würde weiterentwickelt werden. Ja, also die Community ist groß genug. Weil es gibt eine relativ große User-Basis mittlerweile, ne. Was mich auch irgendwie wundert, aber irgendwie hat es auch Cinnamon so langsam so ein bisschen außerhalb von Linux Mint noch geschafft. Mit Ubuntu-Cynamon, Manjaro-Cynamon ist auch sehr beliebt. Ich glaube, das war es schon, ne, aber... Also bei Deviant kannst du es mit installieren. Ja, genau, genau. Absolut, ne. Also, das ist ein tolles System. Kann ich nicht beschweren. Mal sehen, wann der Installer rauskommt, der bei, äh, Cinnamon, bei dieser Desktop-Auswahl das richtig, äh, eintituliert. Überall steht nur, ähm, die Kurzbeschreibung drin. Und bei Cinnamon steht irgendwie Cinnamon-Desktop-Environment oder irgendwie, irgendwie so ein Quatsch noch dahinter. Überall Gnome, KDE, XFCE, LXDE, Cinnamon-Desktop-Environment oder irgendwie Desktop-Erlebnis. Das war auch ganz komisch eingedulgt. Das ist mir im Screen aufgefallen beim Angucken. Und, ähm, ein Zuschauer hat gemeint, das habe ich auch schon bei Haukes Video gesehen und mich gefragt, warum das so ist. Ist ja noch der Release-Kandidate. Das kann ja noch geändert werden. Hoffentlich. Also, sobald irgendwo ein Erlebnis auftaucht, habe ich so ein bisschen so den Drang, da einmal kurz zurückzuschrecken. Erlebnis, das kann aber auch daneben gehen. Ja, ja. Ich will keine Erlebnisse. Ich will bloß, dass es funktioniert. Stimmt. Ach, hier wurde nochmal reingeschrieben, Budgie-Desktop. Genau, der Budgie-Desktop ist ja, glaube ich, auch ein Gnome-Fork. Auch sehr interessant. Hat auch einen sehr interessanten Workflow. hat mich noch nie so richtig abgeholt. Beziehungsweise hat mich jetzt noch nicht dazu bewegt, zu wechseln. Aber fand ich nicht schlecht. Und Pantheon-Desktop. Er, bevor Cinnamon stirbt, stirbt der Pantheon-Desktop. Ist ja nicht schon tot. Ja, auf jeden Fall. Nicht ganz, ne? Aber er ist ja, er ist ja alt, sagen wir es mal so, in der Hinsicht vom, 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 vom Entwicklungsstadios. Stadion meine ich, ne? Also, da wird ja sehr wenig dran gemacht, leider. Das war doch die jetzt Elementario, oder? Genau. Wie ist da jetzt eigentlich der Status? Die macht weiter. Also, die neue Version ist jetzt nicht so berauschend neu. Aber ja. Also, es geht irgendwie weiter. Ich habe aber das Gefühl, dass es eher in der Versenkung, ich sag mal, am Ende landet. Leider. Cooler Ansatz. Ich, ähm, wäre vielleicht auch mal eine spannende Folge, warum sowas wie Elementario-OS fast gescheitert ist. Kann man eigentlich schon so fast nennen. War das Doc von denen eine Eigenentwicklung, oder war Plank-Doc einfach nur ein Doc, was sie reingenommen haben in den Pantheon-Desktop? Patreon, wollte ich jetzt gerade sagen. Wir haben doch kein Patreon-Desktop. Okay, ja. Ähm, na, dann nächste Folge und so. Ne, ähm, generell, ich glaube, das ist sogar eine Eigenentwicklung. Also, die haben da sehr, sehr, sehr viel selber gemacht. Ich dachte, mich würde sie wundern, wenn es Plank wäre. Aber wahrscheinlich abgekupfert oder abgekupfert, sicher. Stark. Ja. Oh, mittlerweile gehen sogar bei Solos die Updates wieder, wurde gerade geschrieben. Das ist doch schön. Der Weckruf von DistroWatch hat ausgereicht. Also, das ist, also, das ist so ein, nein, wir machen das nicht auf. Ist DistroWatch.com inzwischen so eine Entität in der Linux-Welt, dass, wenn man dort auf inaktiv geschalten wird, dass man dann in Zugzwang ist? Haben die inzwischen die Macht? Ich glaube auch, dass es eher so ein Schmetterlingsflügelschlag war. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ja, ja. So ein Butterfly-Effekt. Sackreis. Butterfly-Effekt. Sackreis. Also, schon ein bisschen mehr, ich sag mal, aber diese Welle, die es bekommen hat, ich glaube, die ist nur daraus resultiert, dass irgendjemand das mal gesehen hat und dann irgendwie mal weiter verbreitet hat, glaube ich. Also, schon mehrere, aber ich glaube, vor allem mit dieser Butterfly-Effekt. Ja. Stark. Mhm. Ja, und Cinnamon wurde gerade hier noch zusammengefasst, ist ja ein Aufsteiger, gerade durch den Fork von Ubuntu. Ist Ubuntu-Cinnamon jetzt offizieller Ubuntu-Spin? Haben die schon den Titel bekommen? Na gut, eigentlich, wenn irgendwas ein offizieller Ubuntu-Spin ist, dann ist der Desktop etabliert, glaube ich, schon fast. Also, Ubuntu-Pantheon. Das gibt's noch nicht, ja. Das gibt's noch nicht. Mal sehen, wann das kommt. Oder, ja, weiß ich noch nicht. Ubuntu-FWM95. Oh Gott, ja, das wär immer. Ubuntu-Trinity. Hm, Ubuntu-Trinity, ja. Hört sich sehr geil an, bin ich ehrlich. Ja, eigentlich, ja, ne? Ja. Gab's jetzt schon Ubuntu-Deepen? Oder Deepen-Ubuntu? Aber ich glaub, das war noch nicht offizieller Re-Spin. Ubuntu-Kyland? Nee, ist was anderes nochmal, oder? Ubuntu-Kyland ist nochmal was anderes. Das ist das für China, ne? Nein, genau. Standard-Desktop, oder? Standard-Desktop ist, glaube ich, auch der Gnome. Das ist top. Aber du kannst dann so Wörter wie Freiheit oder demokratische Wahlglobe in der Distro nicht eintippen. Düdü. Das wird dann mal gemeldet. Colonel Panic. Ja, da geht der Social Score ziemlich in das Negative. Die arbeiten doch mit diesem Social Score-System. Ja. Sehr, sehr fies. Sehr fies. Keine Ahnung. Mensch, jetzt wurde es schon wieder politisch. Wollten wir das. Stimmt. Ist Keilen da eine offiziell anerkannte Distribution in China? Das ist eine gute Frage. Gott, das steht in den Sternen, oder? Aber ich würde mal schon sagen, dass es irgendwie verfügbar wäre. Sonst wäre das Ding nicht so weit verbreitet dann doch schon. Also, ich muss sagen, wenn ich mir die Webseite anschaue, das sieht schon so aus, als ob es schon eher für den. Ich glaube, es war ja eher auch für deren Sprache und alles angepasst. Und dadurch, dass ja China den Vorteil hat, dass das einfach viele sind, macht das schon Sinn. Also, ich glaube, aufgrund einfach der schieren Menge der Chinesen, ist das offizieller Ubuntu-Flavor, heißt es doch, glaube ich, immer. Spinner-Flavor, man weiß es nicht, ne? Ich glaube, Flavor passt schon besser. Ich glaube, Flavor haben sie es immer genannt. Ubuntu-Flavors. Muss man irgendwann mal so Ubuntu-Küche machen. Mit welchen Flavors arbeiten wir heute? Und wisst ihr, was Kühlen ist oder Keilen ist? Was das heißt oder? Ja, genau, was es ist. Das ist ein chinesisches Linux-Betriebssystem. Wurde an der Universität für Wissenschaft und Technik der Landesverteidigung in Changsha entwickelt. Der Landesverteidigung. Und basierte auf FreeBSD. Ja, ja. Und darauf baut irgendwie Kühlen auf, tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich hat die Regierung 200 Millionen Rechner, die auf Windows XP liefen, auf Ubuntu-Kälen umrüsten wollen. Genau. Wollen? Aber was daraus wurde? Das wollte ich gerade fragen. Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn daraus geworden, wenn sie es nur wollten? Das geht ja nicht. Das steht da nicht. Das steht da im Attribu nicht. Datenschutz. Einfach nur wegen Datenschutz. Ich weiß nicht, ob das Argument dort zählt. Ich denke aber. Also wie Sie sagen, Windows 8 haben sie aufgrund Sicherheitsgründen verboten. Also von daher irgendwie so viel Windows wird da nicht eingesetzt. Gehe ich mal von aus. Stark. War ja noch gerade über YouTube die einzig sinnvolle Distro für China als Tails. Ja. Ja, ist so. Funktioniert das da? Kommt man mit Thor noch raus? Ich meine über ein VPN und Thor kommst du raus. Also als Ausländer kommst du auf jeden Fall raus. Mhm. Okay. Also als Journalist und so weiter. Die kommen ja da ganz gut raus über so ein VPN. Aber wie das mit der richtigen Bevölkerung aussieht? Schwierig zu sagen. Also du kommst in China noch raus als Tourist oder jemand, der irgendwo dort einen Visa hat. Aber die Offiz, also eine inoffizielle Richtlinie für Journalisten ist, nimm nicht dein privates Notebook mit, kauf dir da ein Notebook, installier da ein Linux drauf und wenn du das Land verlässt, schmeiß es weg. Weil du weißt, dass dieses Notebook garantiert nicht mehr unter deiner Hauptkontrolle ist, egal was du damit machst. Weil das wird spätestens beim Zolleimer ohne dich auseinandergebaut, dort wird etwas eingesetzt. Das ist verrückt, aber das ist so für Journalisten so ein Grundsatz gewesen. Benutzen, dann mit VPN, Linux und weg damit leider, ne? Das ist immer gut, wenn man eine zweite Distro hat, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Gut, dann haben wir wieder den Schwenk zurückgemacht. Wir hatten uns einen ja jedes Mal vorgenommen. Diesmal machen wir es aber kürzer. Jetzt sind wir ja schon wieder ungefähr bei einer Dreiviertelstunde ein bisschen drüber. Sollen wir mal langsam zum Ende kommen? Ja. Ja. Können wir machen. Denn hinterher gibt es ja noch was Wunderbares bei Micha unter Twitch, also auf Twitch bei Saint of Sinner. Falls ihr da nicht gerade sein solltet, geht es heute um was? Plan B. Also ich habe beim letzten Mal angefangen, mir ein Debian 12 mit XFCE einzurichten. Und damit das heute nicht zu lange wird, beim letzten Mal habe ich den Desktop gemacht. Und heute mache ich mal so ein bisschen die Bash und die Seashell, die ich so immer im Einsatz habe, was ich so benutze, wie ich mir das anpasse, so die Grundlagen. Wer da gerne noch Lust hat, einfach auf Twitch einfach dranbleiben, YouTube einfach dranbleiben, YouTube mein Kanal, YouTube Saint of Sinner, keine Ahnung, ich habe das Fenster nicht offen. Ich bin da auch, hallo. Und ansonsten, ja. Wenn ich da nicht... Cool. Achso, du hast es gerade nochmal reingeschmissen. Bei mir einmal reingeschmissen. Genau, da könnt ihr gleich einmal mit rüberhüpfen. Weißt du, was mich tierisch verwirrt? Das muss ich dir irgendwann mal schicken, ob ich das noch irgendwann gescreenshottet bekomme. In meinem Plugin, damit ich den Chat hier zusammengefasst lese, sehe ich mein Bild von meinem privaten YouTube-Account, aber nicht der Weisheit letzter Schluss als Name. Also irgendwas ist da im Cache verdreht. Das ist immer ganz komisch. Okay. Ja. Ja, ein anderes Mal, ne? Vielleicht ist das auch eine interessante Folge. Wie kann es zu sowas kommen? Ist da böser Wille dahinter oder ist das einfach bloß Pech? Ein Upsi. Manchmal kippt einfach nur das Bit. Im schlimmsten Fall, ja. Gut, dann sind wir durch, oder? Genau. Wir treffen uns dann eigentlich wieder in zwei Wochen. Ich muss dann immer mal gucken, so wie war das Ganze hier elegant beendet. Also Stream geht nahtlos weiter bei mir und auf YouTube. Bei Linus Geiz geht es offline, für alle, die noch weitergucken wollen. Bei Nicht-der-Weiß-hat-der-Zerschluss auf YouTube. Bei Hauke geht er auch offline. Kommt mit oder lasst das, je nachdem. Ich bedanke mich bei euch beiden wieder fürs Dabeigewesen sein. Danke, dass wir dabei sein durften. Vielen, vielen Dank. Und schönen Abend, ihr noch. Genau. Danke. 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 Danke.